Musik Zu einem weiteren Promi-Geflüster am Set von ZOKO Stuttgart begrüßen wir den langjährigen Detektiven Josef Matula. Besser, klar, mit seinem richtigen Namen bekannt, Klaus-Theo Gärtner. Hallo und einen schönen guten Tag. Guten Tag. Ja, Matula, das war ja wirklich so die Figur, mit der Sie eigentlich über 300 Folgen, oder 300 Folgen eigentlich genau im ZDF bekannt geworden sind. Ja, das ist so. Jetzt habe ich gelesen, Ihr erster Anwalt sozusagen, mit dem Sie zusammengearbeitet haben, das war also Günter Strack. Und der war ja eigentlich wirklich verantwortlich, oder der hatte eigentlich darauf bestanden, dass Sie die Rolle damals bekommen. Wie war das Verhältnis zum Günter? Ausgezeichnet. Wir hatten ja vorher Theater schon zusammengespielt, in Stuttgart wie in Hannover. Und unser Verhältnis war die ganze Zeit prima. Okay. Die Einfall für zwei war ja wirklich jetzt eine Serie, die hat man auch wirklich in der Jugend mitverfolgt bis heute. Jetzt in der Neuverfilmung wieder mit dem neuen Duo, was man natürlich jetzt wiederum gewöhnungsbedürftig ist. Von der Handlung her ganz anders. Das war ein Fall für zwei, als der anfing, war das auch gewöhnungsbedürftig. Man muss den Jungs halt ein bisschen Zeit geben. Ich habe es ja jetzt gesehen, es war jetzt kürzlich wieder, 2015, eine kleine Rolle an der Tankstelle, wo Sie mit dabei waren. War es wieder aufregend für Sie, da in einem Fall für zwei dabei zu sein? Naja, das war ja mehr so ein Eyecatcher, damit die Leute dann mal einschalten und gucken. Das war ja nur ein winzig kleiner Auftritt. Aber wenn man richtig zugeschaut hat, man hat es verstanden, um was es ging. Genau. Ja, jetzt Ruhestand, Matula zumindest, da glaube ich irgendwie, hat aufgehört, er macht jetzt eine Weltreise. Was hat Klaus-Theor Gärtner gemacht in der Zeit jetzt? Ich habe die Weltreise gemacht. Also die Weltreise, eine lange, große Reise mit meinem Truck. Und dann habe ich Theater gespielt in Basel und jetzt drehe ich wieder. Also ich bin wieder beschäftigt. Also Rentner sagt man immer, die haben keine Zeit. Ist das dann auch, trifft das auch bei Ihnen zu? Das ist tatsächlich so. Man hat als Rentner keine Zeit. Ja klar, das ist natürlich irgendwo was dran, genau. Aber man kann es sich einteilen und das Ganze ein bisschen lockerer angehen, nehme ich mal an, oder? Na klar, ich lebe ja in Berlin und in Basel und da geht es immer hin und her. Und mal ist meine Frau in Berlin und wenn die keine Zeit hat, bin ich in Basel. Von hier aus geht es auch direkt nach Basel, nicht wieder nach Berlin. Stuttgart-Basel ist natürlich doch nochmal ein bisschen dichter dran, denke ich mal. Also die Entfernung ist kürzer. Ja, deswegen fahre ich auch mit dem Zug gleich weiter. Ja, ist angenehm. Wenn die Bahn nicht streikt, ne? Na ja, von heute habe ich nichts gehört. Ne, bislang ist eigentlich alles gut. Drei Schneeflocken sind gefallen. Ich hoffe nicht, dass die die Bahn behindern, die drei Schneeflocken. Sollte eigentlich eher nicht so sein, genau. Wie sieht es denn aus mit den Kollegen, bislang noch, die Ihre Anwälte waren? Haben Sie da noch Kontakt? Ist man da noch in regem Kontakt? Paul Frielinghaus ist wirklich ein guter Freund und wir wohnen ja beide in Berlin und sehen uns fast täglich. Wenn wir jetzt dann auch nochmal, wie gesagt, auf die anderen Kollegen nochmal zurückkommen. Rainer Hunold war ja lange Zeit dabei und dann, ich glaube, da hat man den Namen schon wieder ein bisschen vergessen, das war der Herr Voss. Als Herr Voss, gell? Als Herr Voss. Matthias Herrmann als Voss. Das sind alles Geschichten gewesen, die waren wirklich immer toll. Wir haben alle untereinander Kontakt und sind alle gut befreundet. Das ist eigentlich auch dann wichtig, dass so eine Sendung oder so eine langjährige Serie, Sendung auch bindet irgendwo, ne? Tja klar, wir haben viele Jahre zusammengearbeitet. Die andere Leidenschaft von Ihnen war auch noch der Motorsport. Und da war ja eigentlich in der Serie immer auch der Alfa Romeo mit drin. Das war auch Ihr persönliches Fahrzeug mehr oder weniger, oder? Der erste zumindest. Also der erste war mein eigener, weil wir nicht wussten, was hat der für ein Auto. Und als wir endlich drehen mussten, hatten wir keins, haben wir gesagt, nehmen wir meins. Ja, dabei blieb es dann und bis er zusammenbrach. Auch nicht schlecht. Dann sind da auch viele Stunts immer gewesen. Ich weiß nicht, haben Sie da auch selber manchmal die Stunts gemacht oder wie war das bei gefährlichen Situationen? Also bei gefährlichen Situationen habe ich sicher die Stunts nicht gemacht. Dafür gibt es Stuntleute und das sind Profis. Aber alles andere habe ich selber gemacht, wenn es so um eine Prügelei ging oder rund zu klettern oder sowas. Also ich bin ja ziemlich sportlich, immer noch. Und das waren für mich keine Probleme. Also wenn es nicht von der Versicherung verboten wurde, habe ich alles selbst gemacht. Okay. Ja, das sind dann schon manchmal Szenen dabei gewesen. Der Schluss war ja auch noch sehr spannend. In Beton eingießen, das wäre fast noch in die Hose gegangen, mehr oder weniger. Aber in letzter Minute sei da noch gerettet worden. Das gehört für einen ordentlichen Krimi. Und wo es Gute natürlich siegt, ganz klar. Ja, nächste Pläne, wie gesagt, für 2016. Was steht an? Was haben Sie in Planung? Ich fange im Februar zu drehen mit der neuen Reihe oder was es werden soll. Darf man da schon ein bisschen was erfahren oder um was geht es da genau? Na, Matula, der ist Rentner, arbeitet als Security. Der Job stinkt ihm aber und es passiert, dass er das halbe Kaufhaus zerlegt bei seiner Tätigkeit. Und er entlässt sich selber, bekommt einen Auftrag, also wohnt im Wohnmobil, bekommt einen Auftrag und der ist dann an der Nordsee. Okay. Also Matula wird es jetzt sozusagen weitergeben dann wieder? Ja, aber nur als Matula ohne Anwalt. Ohne Anwalt. Und dann folgen, wie gesagt, dann, wie Sie sagen, an der Nordsee, das wird dann durch ganz Deutschland dann sein, oder? Na ja, wo er seine Aufträge bekommt, vielleicht auch im Ausland, wir wissen es noch nicht so. Die Autoren sind beschäftigt. Okay, da gibt es dann einiges zu tun, denke ich mal. Für die Autoren im Moment. Genau. Und für Sie hoffentlich dann auch. Was ist angedacht? Wie viele Folgen im Jahr wird man sehen? Vier Stück. Vier Stück. Und das dann auch wieder Freitagabends zur Krimi-Zeit? Stagsabends um 20.15 Uhr. Okay, also Verlängerung sozusagen. Da sind wir schon gespannt. Also die Figur Matula lebt und das hoffentlich sehr erfolgreich weiter. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen, da Sie kurz Zeit gefunden haben. Hier bei Soko Stuttgart. Ach so, eine Sache noch. Hier ist es ein bisschen der Rocker, der Alt-Rocker, der hier zum Spielen kommt. Ganz kurz ein bisschen was über die Rolle hier. Also nicht zu viel verraten, aber... Es ist schwierig, schwierig, was darüber zu erzählen. Jedenfalls haben die Kriminalbeamten an ihm was zu knacken. Sagen wir mal was so. Gut, das klingt schon mal ganz gut. Da lassen wir uns überraschen. Und wie gesagt, Ihnen alles Gute, eine gute Zeit und viel Erfolg mit dem Matula. Danke sehr. Danke auch. Tschüss. Tschüss.